Moin Moin von der Boot in Düsseldorf. Ihr kennt mich vielleicht, ich bin Michael Walter, das Werbegesicht der Messe und ich möchte euch heute die verschiedenen Segeljachtkonzepte vorstellen. Hier in Düsseldorf findet ihr Regattajachten, Fahrtenjachten, Jollen, kleine Katamarane, große Katamarane. Welches Boot ist jetzt eigentlich für wen das Richtige und was macht eigentlich die verschiedenen Yachttypen aus? Ich zeige euch mal unterschiedliche Konzepte und hoffe vielleicht euch damit weiterhelfen zu können, wenn es um den eigenen Kauf oder das Laien einer eigenen Yacht geht. So und jetzt schauen wir uns mal unter Deckung. Säge auch ein paar Minuten haben. Ich brauche dich einfach, wenn wir uns so plan toddleren und wir uns... ...dynastivistische Musik, wenn es um den Kopf drauf gibt. So und jetzt schauen wir uns mal. So und jetzt gucken wir uns mal unter Deckung. So und jetzt schauen wir uns mal unter Deckung. So und jetzt schauen wir uns mal unter Besten mit dem Verw selvang. So und jetzt schauen wir uns mal in Wiesling. So und jetzt schauen wir uns mal. So und jetzt schauen wir uns mal. Boot Düsseldorf. 360 Grad Wassersport erleben.